Hm, da sind auf jeden Fall Kisten. Die nehme ich mal ganz kurz mit. Ach, da zum Teleporter-Dings, ja? Das hätte ich auch niemals von alleine gefunden. Wir haben da noch ein Sprunggerät. Aber haben wir hier auch mal irgendwo einen Speichelpunkt? Ich meine, ich glaube, wir können ja auch so speichern, ne? Ja, ne, können wir nicht. Aber springen könnten wir. Aber wir haben nirgendwo mal einen Speichelpunkt. So, dennoch haben wir immer noch zwei Sprungschlüssel über. Hm. Und speichern geht hier an dem Ding nicht. Aber wir kriegen wenigstens regelmäßig Kontrollpunkte. So, auch was Feines. Ja, das sieht ziemlich nach dem Endgebiet aus. Da ist er! Da ist er! Nicht schlecht. Jetzt schaut euch meinen an. Ha! Der ist ja weinruhlt. Gemein! War nicht dein Freund? Ich habe keine Verwendung. Die unnütze Dinge. Ihr hingegen seid alles. Ihr sollt mir gute Dienste leisten. Wovon redest du? Ihr habt meine Seele von seinen Krankheiten gesäubert und könnt jetzt sogar aus eigener Kraft zauberwirken. Ich bin erstaunt, dass es Menschen so weit bringen konnten. Das macht euch nützlich. Wollt ihr nicht als Nächste diesen Thron besteigen? Sicher nicht! Ist das deine Antwort? Natürlich! Und wir wollten dir nur sagen, dass wir das nicht brauchen! Dann hast du deine Aufgabe erfüllt. Was zum? Die Halsringe! Lauf weg, Schuh! Schuh! So viel habe ich nicht erwartet. Licht aus seinem Herzen. Was? Wow! Sorry! Aber das Licht gehört mir! Schließen wir uns an! Zu ihm! Gemeinsam sind wir stark! Vereine sofort den Planeten wieder! Hahaha! Euer Geist ist also mit meinen Gewachsen. Ihr seid wirklich vorzügliche Nachkommen. Nachkommen? Aber ihr wisst nichts von echter Zauberkraft. Also werde ich dem schweren Herzens ein Ende sein! Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja, komm doch! Endlich können wir gegen Lene kämpfen! So, fangen wir an mit dem magischen Schwert des Schattens. Das war ein Schattendiener, ein Geduldsding jetzt, aber Lene, wird das schon nicht aussehen. Schatz! Schatz! Nee, das fängt ja gut an! Okay! Zauber! Mach mal Beistandswerte! Mach mal! Mach mal! Mach mal nochmal an! Geht das? Das geht! Macht nicht viel! Okay! Frage ist, kann ich da was anderes attackieren? Nein, kann ich nicht! Gut! Feuer! Ja! 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 Gut! Wind! Wind! Zwölf! Na gut! Du! Zauber! Kurvische Musik, die hier läuft! Ähm! Mehr Heilung mal auf dich! Dann produzierst du, glaub ich, mehr Heilung. Oder aber du kriegst mehr Heilung. Ich blick da bei den Tooltips manchmal nicht so ganz durch. Ähm! Weil, naja, es heißt halt mehr Heilung, da würde ich halt eigentlich halt eher sagen, derjenige, auf den ich jetzt castet, kriegt mehr Heilung. Aber der Tooltip sagt halt, du bist was anderes. Gut! Beistandsmagie! Geschwind! Hör mal auf dich! So, wir hatten jetzt Feuer, wir hatten Wind, wir probierten Wasser. Da kann ich leben. Ähm... Zauber, Beistandsmagie, geschwind auf ihn. So. Dann... Erde. Auch nicht so effektiv. Probier mal. Jetzt werde ich hier ganz, ne? Ja, das ist hier. Volle Sachen aus, das ist Glanz, macht auch Schaden. Das heißt, er ist schon irgendwie geisterhaft. Okay, ähm... Geschwind... ...auf Sola? Die hat das noch nicht. So, ein magisches Schwert... Und die haben alle durch, ne? Dann machst du halt einen geladenen Eingriff. So. Zauber, Barrierenmagie... Äh... Magische Eingriffe. Ja, magisch macht doch den meisten Sinn. Okay. Panzer 35 Uhr zeigt, okay. Zaubern. Beistandsmagie, geschwind auf Manomaro. So. Wenn ich mir jetzt hier meine Mana-Bestände angucke, sieht das auch eher so mehr aus. Dann greifen wir ganz normal an. Das kann halt lange dauern. Okay. Gegenstand. Heilen. Schattenkristall war das für Mana, ne? Ja. Gut. Was haben wir noch am Beispiel, Franky? Angriff Plus. Angriff Plus. Angriff Plus. Was? Was sollen wir tun? Das Spiel ist aus. Beenden wir das Ganze. Ja! Jaaa! 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 Schabo! Schabo! Also jetzt können wir richtig zuhauen, ja? Na, wollen wir doch mal sehen. Wir wissen auf jeden Fall nicht schatten. Die Frage ist jetzt, sind die Statusveränderungen, die wir vorgemacht haben, jetzt hier noch aktiv, oder? Nein, das muss ich alles neu casten. Krass. Okay. Ähm. Hau mal drüber. Okay. Das heißt, ich müsste hier alles wieder verzweifeln casten. Ist okay. Ich meine, können wir jetzt überhaupt irgendwas machen? Okay. Ähm. Feuer 3. Go, Jibo! Go, Jibo! Oh, ist okay. Kann man machen. So, Zauber. Küche Wind. Auf ihn. Oh nein! Ganz 200 Schaden. Gut. Dann machst du mal, bitte kritisch treffen. Ja, bitte nicht. Dann machst du mal, heilen mit dem Schattenkristall. Weil da haben zwei Mitglieder nicht mehr ganz so viel Mana. Geschwind auf ihn. Hört so ist wie Simpsor Nene dran. Burn in hell. Burn in mehr. Nicht Lanzian. Geschwind. Ja und auf Sola. Dann nochmal eine Runde haben wir es ein. Könnten... Kannst du ihn mal verwenden hier ne? Einfach weil wegen der Mana. Im Heilen muss er jetzt noch nicht zwingend. Was ja nun nichts heißen muss. So nochmal geschwind auf meinen Maro. So. So und dann... Geht ihm. Macht das wofür ihr ausgebildet wurdet. Ich bin ein mächtiges Wesen. Ja ja ja. Jetzt holen wir dich mal um. Kann ich das abdekend? Nein. Kann ich nicht. Sein Schatten ist verschwunden. Sein Schatten ist verschwunden. So gebraucht man echte Magie. Das ist ja nicht mehr seine finale Form. Das ist ja nicht mehr seine finale Form. Sieht nicht gut aus. Das ist nicht fair. Grenzenlose Energie. Und die Gedanken der Armen. Diese Macht ist in meiner Hand. Ich bin euch geschmeißt zertreten. Ich glaube die Konsole ist abgeschmiert. Das wäre jetzt doof. Das wäre jetzt wirklich doof. Ähm. Ich höre halt nur so einen Errorsound. Und? Joa. Das wäre jetzt doof. Also die Konsole ist nicht abgeschmiert. Aber auf jeden Fall das Spiel. Ja gut. Hilft alles nix. Nicht das. Nein. Hier. Schließen. So die Frage ist jetzt. Kann er jetzt einen Kontrollpunkt laden? Er kann. Er kann gar nix mehr laden. Das ist super. Ähm. Ähm. Ich mache jetzt kurz hier das weg. Ich weiß nicht genau wo jetzt der Fehler liegt. Also ich habe persönlich halt jetzt immer noch den Aerosound drauf. Er lädt auch nicht. Und 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 lädt auch nicht. Ich glaube ich mache mal an der Stelle eine Aufnahmepause. Und dann starte ich einfach mal die Konsole neu. Okay. Also dann bis vielleicht zur nächsten Folge. Hoffe ich. Und jetzt auf sie weg. Und dann